Hallo, ich bin Natascha und erkläre euch in diesem Video die Osmose. Wir lernen, wie sie funktioniert und wozu sie gebraucht wird und schauen uns den Begriff der Plasmolyse an. Vielleicht habt ihr euch schon das Video zur Diffusion angeschaut, dann habt ihr gute Voraussetzungen dafür, die Osmose leichter zu verstehen. Im Grunde ist die Osmose nichts anderes als die Diffusion durch eine semipermeable Membran. Das heißt, die Osmose ist eine Vermischung zweier Lösungen durch eine Membran hindurch. Alle Zellen sind von einer solchen Membran umgeben, die manche Stoffe besser und manche schlechter durchlässt. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com nachdem in der Suche und in der Suche Nähe die 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 Das war's für heute.